hallo liebe sim racer und herzlich willkommen bei einer neuen folge die zwei runden in r faktor 2 heute stellen wir euch den mod vor super gt 500 und strecke salzburg grand prix mit realem wetter wie ihr schon sehen könnt es regnet und ist schon tricky zu fahren das fahrzeug aber seht selbst im 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020